Hallo und herzlich willkommen im Landesinstitut für Schule bei den MacMedia Studios. Zu Anfang sehen Sie ein paar Aufnahmen der Räume der MacMedia Studios. Das ist der Seminarraum. Hier findet gerade wie jeden Dienstag eine Tierbesprechung statt. Außerdem finden im Seminarraum täglich von 9 bis 13 Uhr Workshops für Schulklassen statt. Heute sind Schüler der Oberschule Barkhof zu Besuch. Sie denken sich kleine Geschichten aus und verbildlichen sie mit vorhandenen oder mitgebrachten und selbst erarbeiteten Materialien. Die Schüler haben außerdem die Möglichkeit sich zusätzliche Figuren zu basteln. Die Schüler können im Klassenverbund zwischen Workshops, Trickfilm, Fotostory, Hörspielaufnahme oder Videostempel wählen. Die Schüler arbeiten meistens in übersichtlichen 3er bis 5er Gruppen. Hier sehen wir wie die Schüler mit dem Programm iStopMotion ihre Trickfilme animieren. Alles in allem ein super informatives Praktikum. Stadtteil der KUK. Mais die Schüler zusammen. Es gibt die Schüler mit der KUKёр und Helden. Wird der KUKleden. massiviert den KUK. bettern. Die Schüler haben auf die Österreich. Die Schüler sehen die anderen ökologen. Die Schüler oder die Schüler mit der KUK sind. Die Schüler werden dann von zwei Seiten der KUK sind. Die Schüler haben am 3um- sechangen. Untertitelung des ZDF, 2020